Was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Roblox-Video. Wir spielen heute Anime Dungeon Fighters zusammen mit Tina und wir werden ein Duell bestreiten. Und somit beginnt unser Duell in Anime Dungeon Fighters. Zusammen mit Tina machen wir heute ein Wettrennen. Wir werden jetzt eine halbe Stunde lang spielen und der, der am Ende am weitesten ist, hat gewonnen. Tina, Hallöchen. Hallo. Tina hat sich für das Schwert entschieden, ich für die Pistole. Tatsächlich glaube ich nämlich, dass die ein bisschen besser zu mir passt. Und wir haben eigentlich alle Codes, die es so gibt, schon eingegeben, die ihr auch bei mir im Discord und unten in der Videobeschreibung findet. Und ich würde sagen, wenn du bereit bist, legen wir los. Wie sieht es aus bei dir? Ja, ich glaube schon. Okay, dann start. Tschüss. Tschüss. Man kann sich hier Equipment kaufen. Wir müssen uns das kurz alles schon mal merken. Kosmetikshop gibt es auch. Da oben ist Level 20. Da gibt es bessere Sachen. Easy. Okay, dann müssen wir jetzt... Oh, du bist stehen geblieben. Easy. In drei Sekunden geht es los. Ja. Oh, ich will doch ohne dich reingehen. Wir hätten beide einen eigenen Server nehmen sollen. Dann würden wir den Progress nicht mal sehen. Achso, dann würden wir uns... Ah, dann klaue ich dir einfach alles weg. Ganz, ganz einfach. Auf geht's. Katelyn gerade raus. Okay, ich habe auf jeden Fall schon mal den besseren Vorteil, denn ich habe Range und du nicht. Du bist ein Kackarsch. Ey, du kannst mich nicht einfach beleidigen. Kann ich doch. Warte, warte. Oh, daschen. Wir können schneller sein. Ich schieße schon. Oh, Mann. Level ab. Bin ich schon vor dir damit? Ich habe einen Ring. Wieso durst du einen Ring? Oh, hier ist noch einer. Okay, wir schießen die einfach ab. Boss Fight, ich bin vor dir. Ey, Crip, du ruhig mal den Ring. Du bist ein Kackarsch. Ich bin noch im Ausrüsten. Mir ist egal, ich schieße ihn einfach weg. Ah, Maschine-Gewehr. Gib ihm. Oh, Leute. Er macht einen riesen-mega-Feuerball auf mich. Eis-Shield, was auch immer du bist. Hier ist du wohl weg von meinem Boss. Such den eigenen. Oh, ich habe ihn gleich. Okay, wir heben... Passt auf, wir machen das ganz geschickt. Wir heben das jetzt auf. Wir heben den letzten Schuss auf und... Geh weg. Oh, er hat noch eine Lebensbar. Er hat einfach zwei. Weg gehen. 30 Prozent, 20 Prozent. Okay, wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Das ist meiner. Gatling an. Nein. Ja. Level ab. Okay, jetzt gucken wir. Equipment ist ein Rufzeichen. Was haben wir gefunden? Schild? Nein. Schuhe? Nein. Flügel. Das sieht man da. Da haben Flügel bekommen. Okay, Defense plus 9. Defense plus 18. Equip. Und hier unten haben wir auch nichts bekommen. Einen Hut auch nicht. Wir müssen uns beeilen. Items. Okay, hier haben wir den Rice Cake. Used for Hero Level Up. Und ansonsten... Was habe ich hier noch? Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Ich sage dir natürlich nicht, was ich mache. Aber das nehme ich mit. Okay. Och, Mann. Okay, wir gehen wieder rein. Wir gehen wieder rein. Nee. Doch. Nee. Doch, doch. Ich bin nur... Nee. Ist mir egal. Ich ziehe einfach von dann hin. Da unten ist auch noch ein Level Up. Oh, was? Oh. Okay, wir müssen schnell und alles weg machen. Nice. Wie kann ich denn so Sachen auswählen von den Items? Das kommt auf das Item an. Ich hilf dir nicht. Wir sind hier immer... Ja, aber ich weiß nicht, wie das geht. Das ist unfair. Also mit der einen Sache, mit den Rice Cakes, kannst du deine Pets... Ja, aber wie... Wie mache ich das denn? Du musst aufs Pet drücken. Links auf Hero. Ich kann jetzt nicht. Ich muss gehen. Mann. Du bist ein Kackarsch. Du musst... Du musst... Links auf Hero klicken. Dann kannst du es machen. Ey, ziehst du einfach vorwärts weg. Auf Hero? Ja. Und dann... Da kannst du die... Deine... Ja, genau. Könntest du. Habe ich jetzt nicht gemacht. Aber du kannst auch unten links auf Level 7 klicken. Also ich bin Level 7. Ich habe ein Level vor dir. Und da kannst du deinen Charakter auch noch verbessern. Level 8. Du... Mach mal nicht. Doch. Die halbe Stunde läuft. Oh, ich habe einen neuen Skill. Den werde ich gleich mal ausprobieren am Bot. Du gehörst mir. Geh weg. Du sollst weggehen. Auf geht's, Rainer. Oh. Warte, was ist denn das für ein Skill? Ich mache einfach mal. Oh Gott. Was? Ja, ja, ja. Er brennt mich an. Okay, den heben wir uns auf. Wir müssen abpassen, abpassen. Kritz, 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 kritz. Und... Bam. Level up. Nice. Damit sind wir... Aber ich weiß es nicht genau. Okay, wir drücken back. Wir beschleunigen alles jetzt. Wir sind Level 10. Easy. Okay. Dann wäre ich soweit. So, wir haben jetzt 530 Münzen. Ich mache natürlich was Kniffliges. Ich versuche, die da oben zu erreichen. Gehst du mal weg? Ich habe gehofft, du kriegst es nicht mit. Nee. Klick auf normal. Kann ich nicht. Tschüss. Wie? Ja, ich kann schon normal spielen und du nicht, weil ich ein Level höher bin. Auf geht's. Kackarsch. Wir gewinnen das. Wir gewinnen das. Ja, gewinnt. Oh, ich habe mich verdrückt. Das ist unfair. Ich hoffe, du stirbst. Ja, tue ich wirklich. Die sind wirklich nicht einfach. Oh nein. Okay, das dauert hier viel zu lang. Wir gehen zurück. Das war eine Fehlentscheidung. Ich hoffe nicht, dass sie jetzt so großen Vorsprung dadurch gekriegt hat. Oh, du stehst schon wieder hier, ne? Ich gehe wieder rein. Easy. Easy wieder rein. Nee, bleib weg. Ich möchte alleine reingehen. Ich möchte dich nicht in meinem Dungeon haben. Du müffelst. Nee. Ich gehe in deinen Dungeon. Doch. Ich will die 10%-Kette haben. Boah, bitte, lieber Roblox. Gott, gib mir einmal Glück. Ich habe auch einen Ring gekriegt und danke, dass du mir gesagt hast, dass ich die Fähigkeiten aufleveln kann. Das wusste ich nämlich nicht. Ich hasse dich. Bist du schon wieder reingelaufen? Ohne mich? Ja. Ich habe einen Hut gekriegt, Tina. Der fehlte mir noch. Schwupp. Was machst du denn? Nix, nix, nix. Hä? Warum macht... Ah, ich verstehe. Oh, guck mal, was es hier gibt. Ich habe... Oh, der Vorteil wird meins sein. Oh. Okay. Ja, nice. Okay, gut zu wissen. Hat die hier mehr? Oh, das sind Kisten. Was machst du da schon wieder alles? Was? Nein, 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 nein. Hallo? Nix, alles gut. Was machst du da? Nix, nix, nix. Gar nix. Hast du mittlerweile schon rausgefunden, was ich gemacht habe? Nee. Oh, ist doch gut. Du hast die Quest angenommen, ne? Ja. Ja, ich auch. Ich habe mich trotzdem noch geboostet. Hä, wie? Ganz einfach. Ich sage es dir nicht. Aber das hat nichts mit Roblox-Erfahrung zu tun. Ja, da oben... Ich weiß, was da oben steht, aber das geht ja erst alles mit Level 20. Ja, das meine ich auch nicht. Soll ich dir einen Tipp geben? Ja. Pets. Mehr sage ich nicht. Wo? Wo Pets? Wer sage ich nicht? Ich habe nicht gesagt, dass es Pets sind. Das war ein Tipp. Ich glaube, der war gut, oder? Also eigentlich müsste sie drauf kommen. Hast du es gefunden? Das ist nicht dein Ernst. Was jetzt? Schwerter. Hast du die Waffeneier gefunden? Ja. Ja, ja. Aber ich habe noch was gemacht, was du, glaube ich, nicht gemacht hast. Das darf ich dir nicht sagen, sonst bin ich dran. Was? Das sage ich dir erst ganz am Ende. Das ist... Nee. Soll ich dir den Tipp geben? Ja. Hast du den XP-Boost-Trank genommen, den du durch einen Code freigeschaltet hast? Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Den hast du auch. Nein, da geht noch 20 Minuten. Das ist nichts Unfaires. Wir sind mit denselben Gegebenheiten gestartet. Während ich mich hier gegen die Samurais durchsetze, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr das auch als unfair empfindet, dass ich den Double XP-Boost gezündet habe. Tina hatte den ja auch. Und falls ihr noch mehr solcher Duelle sehen wollt, smasht jetzt den Like-Button und hinterlasst mir gerne ein kostenloses Abo. Ich bin sehr gespannt, ob ihr das sehen wollt. Ich persönlich mag das Format, aber jetzt müssen wir uns ja weiter auf den Kampf konzentrieren und uns durchmetzeln. Ich habe nur noch eine Minute Zeit. Ich schaffe das immer noch nicht. Die Dungeons auf Normal sind echt noch schwer. Aber tatsächlich, jeder erledigte Gegner gibt uns Erfahrungspunkte. Das sieht man unten an der XP-Bar. Deswegen zünden wir, äh, zünden wir ja natürlich, der Versprecher des Videos. Ziehen wir hier weiter durch. Hast du gelacht? Ja. Oha, der Boss ist auch nicht einfach nur der Boss, der spawnt einfach noch mehr. Das ist nicht euer Ernst. Ja, das schaffe ich auf keinen Fall in 18 Sekunden. Vielleicht kriegen wir den einen noch weg. Sag mal, Tina. Ja. Welches Anime-Universum ist das hier eigentlich alles? Also ich kenne hier von wirklich nichts. Naruto. Ist das alles Naruto? Also, die Gegner sind Naruto. Das ist ein Ring gedroppt. Ein Rare-Plus-Ring. Einfach so von dem Mob, bevor es geendet ist. Nice. Trotzdem fehlt. Schade. Plus 18, ich denke. Okay, ja. Erzähl jetzt weiter. Du bist ein Kacke-Arsch. Hey, du kannst nicht immer sagen, dass ich ein Kacke-Arsch bin. Tina, eine Minute noch, dann ist die halbe Stunde Gameplay um. Nee. Welches Level hast du? Das geht dich gar nichts an. Hast du schon Level 12? Ja. Oh, das habe ich auch. Ich bin aber kurz vor 13. Aber wir werden gleich die Erfahrungspunkte genau testen. Ja, aber das ist unfair. Du hattest den Trank die ganze Zeit schon um. Also, stopp. Oder bist du nur im Dungeon? Dann darfst du das noch beenden. Ich bin im Dungeon. Ja gut, das darfst du noch beenden. Das sage ich dann nochmal. Und dann gucken wir mal, wer besser ist. Ich glaube, ich habe gewonnen. Ich glaube wirklich, ich habe gewonnen. Okay, ich habe schon mal die nächste Quest angenommen und alles gemacht, so wie du auch. Ich bin Level 13 und ich habe 93 von 1,6k Erfahrungspunkte. Du bist Level 12. Ja. Damit habe ich gewonnen. Du bist ein richtiger Kacke-Arsch. Falls ihr noch so ein Duell sehen wollt oder das Spiel weiter sehen wollt, weil das hat echt Spaß gemacht, smasht jetzt den Like-Button. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das Ganze fandet und hinterlasst mir ein kostenloses Abo. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.